Und damit Moinzen zu den VfB News hier am Freitag Mittag, Stand der Dinge ist so 12 Uhr, 12.15 Uhr haben wir gerade ganz genau, eben hier am Freitag vorm Spiel gegen Leipzig heute Abend, wo es ja auch den Stream geben wird. Ich sag hier auch nochmal, König nochmal Anpfiff, die das jetzt noch aktuell hören davor, er kommt, aber er kommt ja päb auf Anpfiff oder wenn nicht sogar 2, 3, 4, 5 Minuten später, weil ich eben erst aus der Schicht komme. Genau, wir fangen an mit ein bisschen Geschichten noch zum Viertespiel, ein bisschen aus der Mannschaft, hat jemand einen Screenshot gemacht, scheint eine gute Stimmung im Team zu sein, nämlich von Instagram, von einem Kämpf-Posten drunter, der Borna Sosa als Superman 007, ein Bitteschön, ein Massimo mit Leverwehr, ein Kämpfi, Bredlo, auch ein Kobel sagt, einfach Knipser geworden. Einfach schöne Energie, auch jemand hat ein bisschen Social Media Investigativ-Recherche quasi betrieben, sag ich mal so. Marc-Oliver Kempf liked mehr oder weniger alle Kommentare unter seinem Instagram-Post, darunter tatsächlich auch die Bitte-Bleib- oder Verlängert-Doch-Posts. Auch interessant, ich meine, da steht immer noch aus, es wirkt nicht so auf mich, als würde er wechseln, dann läuft der Vertrag nächsten Sommer aus. Mal gucken, Laune hat er ja scheinbar mit seinen Buden gegen Fürth, deswegen mal gucken, ob da vielleicht irgendwann auch doch noch eine Verlängerung im Raum steht, die es aber aktuell eben nicht geworden ist. Was es geworden ist, auch direkt nach Fürth, wir kommen bis zu einer Transfer-Ecke, ist, war schon seit Wochen klar gefühlt, Enzo Milo ist jetzt offiziell ein VfBler, 1,5 Millionen gezahlt für einen 19-Jährigen. Vier-Jahres-Vertrag bis 2025, bekommt die Röcke Nummer 8, damit müsste er, glaube ich, das habe ich auch gerade nur spontan im Kopf, der Castro-Ersatz sein, auch von der Trikot-Nummer her, ja, ne? Der hat er, glaube ich, auch die 8er Castro. Wie gesagt, kommt von Monaco, technisch stark, sowieso stark ausgebildet dort in Frankreich, gerade auch die AS Monaco, auf den können wir uns, glaube ich, freuen. Und hier jemand noch zu missentat, sagte gerade nach dem Training mit Blick auf mögliche Transfers, Zitat, ich sehe nicht, dass wir was tun müssen, das heißt nicht, dass man nicht immer den Markt im Blick hat. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Transferaktivitäten mit Enzo in beide Richtungen relativ abgeschlossen sind. Das müsste dann schon richtig rappeln oder wirtschaftlich total unvernünftig sein, als nichts zu tun. Wir können Nein sagen, das eben nach dem Thema Sanko, Hustu Ersatz und so weiter und so fort. Eine Sache kam ja noch, die wir jetzt gleich noch haben. Und auch hier missentat hat jemand nach dem Training gefragt oder irgendwo am Rand vom Training gefragt, nach dem Motto, wir binden dich fest, wenn du gehen willst oder wenn du gehen sollst. Dann hat er gesagt, ich will doch lange hierbleiben, der Trainer ist aber viel wichtiger. Also auch da, klar, das ist so eine Überlieferung von irgendwo am Trainingsrand und so, aber trotzdem merkst du auch, dass die Jungs gerade Bock haben, im VfB zu schaffen. Matarazzo, Missentat hat sich da verstehen, mit Eins plus mit Sternchen gefühlt, immer wieder wird Matarazzo gelobt. Missentat braucht sich, braucht gar keiner groß zu loben irgendwie, weil der macht ja einfach einen guten Job, fertig ist. Er auch hat gesagt, dass er, ja, die Blume durch quasi, dass er sich bei Didavi gut über ein weiteres Jahr vorstellen könnte, darüber zu sprechen. Setzen wir uns im Januar, Februar zusammen, sprechen über ein weiteres Jahr, weil er eben scheinbar wirklich in der Mannschaft wichtig die Energie bringt, Mentor in der Kabine und so weiter. Kicken kann er ja auch, auch wenn er jetzt nicht unbedingt mehr Standkraft ist, auch gegen Fürth ein paar Minuten bekommen. Ja, wäre ich glaube ich auch nicht groß abgeneigt, weil ich glaube auch, dass der jetzt nicht unsere Gehaltsgeschichten sprengt. Das ist halt einfach ein VfB, der durch und durch, glaube ich, Didavi. Den kannst du so auch verlängern, eben auch mit den Argumenten, die Missentat liefert. Stuttgart, wer nicht kommt, ist Providence, der wählt wohl scheinbar Brügge statt Stuttgart, wäre der nächste Flügelspieler gewesen, der nächste Franzose, der jetzt auch bei der AS Rom spielt. War noch, glaube ich, 3,5 oder 3 Millionen, irgendwie sowas im Raum. Jetzt geht es für ihn wohl nach Belgien. Was ist aber, wie schon angekündigt, was noch offiziell passiert ist, Schalke 04, leiht Julinov aus, ohne Kaufoption, ein Jahr lang in die 2. Liga. Finde ich einen sehr, sehr guten Transfer, ohne Witz. Mecklenburg hat jetzt nicht so riesen, ja, der hätte schon seinen Kaderplatz gehabt mal, aber halt nicht mit den Mega-Einsätzen, der gute Julinov. Kann auch was, ist talentiert, ist auch noch recht jung, ne. Ist er 20 oder so? 21, 21 ist er. Ein Jahr ohne Kaufoption zu Schalke runter, das ist schon krass, wie ich es so ein bisschen da verschoben hat, ne. Einfach der VfB leiht Spieler an Schalke aus für Spielpraxis, ist schon wild. Ich sehe da so ein bisschen die Hierarchie der Klubs verschoben hat. Schalke auch für die ein schöner Transfer, weil die haben gefühlt keine Flügelspieler. Der wird da seine Einsatzzeiten bekommen. Deswegen finde ich wirklich gut den nächsten Schritt ein Jahr auf Schalke. Und hoffen wir mal, dass der Kollege denen ja vielleicht sogar zum Aufstieg helfen könnte oder auf jeden Fall eine gute Rolle da spielen kann. Dann auch zudem noch abschließend ist dieselbe News, aber ich finde den Titel einfach schön. Randsport auf Twitter schreibt, fix Schalke bedient sich beim Bundesliga-Tabellenführer. Das geht runter wie Wasser, das liest sich, das ist wunderschön. So, wir kommen zu ein bisschen random Vereinen durcheinander. Also heute habe ich mir wirklich ein bisschen schwierig getan mit Kategorien, weshalb ich wild durcheinander ist. Aber interessant, dieses Jahr ist Hamburg in der ewigen Tabelle fällig. Hat jemand auf Twitter gepostet? Es müsste noch vor... Ne, es war ein Tag nach dem Fürth-Spiel, genau. Da stehen wir auf 2.702 Punkten. Auf Platz 5 der ewigen Tabelle vor uns der HSV eben mit 2.733 Punkten. Das heißt, wenn wir drinbleiben wollen, an die 40 Punkte kratzen, überholen wir sie. Und dann davor Bremen noch mit größeren Abständen ist Bremen, Dortmund und die Bayern. Und dann wären wir auf Platz 4 der ewigen Bundesliga-Tabelle. Auch schön, passendes Stichwort hier ist Borna Sosa. Trotz der Nationalmannschaftsgetue, hier Deutschland, da Kroatien, hier babababa, wurde er jetzt für die offizielle, richtige, Gott, das klingt so dumm, also halt nicht für U21, würde ich damit sagen, für die richtige A-Nationalmannschaft von Kroatien nominiert für die Länderspiele. Sehr, sehr geile Nummer. Auch wild, passt natürlich auch zum Spiel, ne? Solche Gespräche kommen halt auch immer nur, wenn es passende Spiele ankommt. Der Marsch, Trainer von RB Leipzig, sagt, Matarazzo ist mein Vorbild. Das ist mir sogar hier zitiert von der BILD aus dem Interview, weil halt eben die beiden Kollegen beides ein bisschen, ja, aus der USA kommen. Eben quasi Borna Sosa-Roment für den US-Fußball und so Geschichten. Ja, und das sieht halt Matarazzo ein bisschen als Vorbild und wie auch immer. Aber, ja, keine Ahnung. Rein vom Klub her ist er ja, so doof es klingt, bei einem größeren Klub oder halt von Ansprüchen, ja, mit Champions League beim größeren Klub, in Anführungszeichen. Der Marsch dann quasi uns irgendwie als Matarazzo als Vorbild zu nennen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach nur dem Spiel geschuldet für die Headline. Aber schön, dass da gegenseitiger Respekt da ist. Und, ja, der Marsch wird seinen Job da, glaube ich, auch machen in Leipzig. So, dann auch noch Vertrag aufgelöst von Pressesprecher Schrafft. Das Ding ist auch durch. Da wurde er damals auch irgendwie rausgeschmissen. Dann hat er sich, glaube ich, irgendwie im Gericht doof gesagt, irgendwie durchgesetzt oder so, weil es, ja, keine Ahnung, nicht triftig genug war und whatever. Jetzt hat er quasi scheinbar darum gebeten. Dann ist es komisch, die Kommunikation. Also, er hat quasi darum gebeten, den Vertrag aufzulösen. Man hat den, man hat wegen der Anerkennung für seine Verdienste, hat man dem entsprochen. Kommt da vielleicht für manche ein bisschen zu schön weg da am Ende. Aber, mein Gott, das Kapitel ist auch vorbei. Und damit ist ja auch die, ja, letzte Personalie aus dieser ganzen Geschichte da, die wir alle um die Mitgliederversammlung, Mitgliederversammlung, ja, auch. Aber ich meine eigentlich die Mitgliederdaten, die, äh, diese Affäre da, ähm, die da alle weg haben wollten, ist auch die letzte Personalie da geklärt. Nach mehr als 25 Jahren beim VfB ist er raus bei uns. Und auch interessant, gestern habe ich mir ein Ticket, ne, vorgestern, Mittwoch, habe ich mir ein Ticket schon gesichert. Da war, oder ab da war der Vorverkauf für die Dauerkartenbesitzer. Ab heute früh, äh, ist der Vorverkauf für die Mitglieder. Und dann müsste wahrscheinlich ab Dienstag wieder sein, ähm, der Verkauf für alle. Doof gesagt, ne, freier Verkauf. Freiburg einfach 25% billiger als gegen Fürth. Wollte ich auch nochmal nennen, weil sie scheinbar gehört haben oder halt nur gegen Fürth verkackt haben. Keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall, man zahlt wieder in den Bereichen, die ihr aus meinen Videos kennt, dieses zentrale Sitzplatz, kannst du da Kurve-Ding da oben, zahlt man wieder 25 Euro und nicht 34,50. Das macht es deutlich angenehmer. Ist immer noch halt 6, 7 Euro über diesem Schnitt, wenn man halt eine Dauerkarte hätte in dem Bereich. Da würde man ja so grob auf 19 Euro pro Spielkommode gerechnet. Das ist halt jedes Mal ein paar Euro teurer, wenn man es in den Einzeltickets, ne. Aber, Wollte, was willst du da großartig dran ändern? Ähm, deswegen, Preis geht jetzt wieder in Ordnung. Ich hoffe, er bleibt auch bei und wir fangen jetzt nicht an, im nächsten Heimspiel gegen, ist das glaube ich, Leverkusen oder so, irgendwie, irgendwelche Topspielbonusse oder Boni drauf zu hauen. Keine Ahnung. Aber ich bin am Start. Müsste Block 34D sein, wo ich sitze, wenn ich es gerade auswendig im Kopf habe. Ich glaube schon. Ist ja meistens so die Ecke, wo ich hocke. Ähm, deswegen, wer da Bock hat, gerne ins Stadion kommen. Preise sind wieder ein bisschen akzeptabler geworden. Ähm, und wir machen noch die aktuellste Ecke. Nämlich zum Spiel und, ja, eben den aktuellsten Sachen so. Nämlich PK, weil die hatte ich natürlich wieder zeitlich. Erstmal, weil ich es am Mittwoch rausbringen wollte. Deswegen war sowieso Zeit eigentlich nicht drin. Und auch so hätte ich am Donnerstag halt keine Chance gehabt, das irgendwie zeitlich mit einzupendeln in den Vorbericht. Ähm, aber wie gesagt, sollte ja sowieso schon am Mittwoch kommen. Taz auch, ähm, den Jute Vorbericht gerne angucken, wer da Bock drauf hat. Ähm, deswegen hier. Karasor. Müsste, ihre Probleme, steht nicht zur Verfügung. Ab nächster Woche wieder ins Matchbox-Training einsteigen. Da muss ich mal gucken, wie ich es im Nachbericht handhaben werde. Weil ich habe ihn in der Startelf drin, habe aber auch gesagt, ich habe halt keinen Stand zu ihm. Es kamen sie vom VfB nach dem Motto, er ist verletzt oder er ist nicht verletzt. Ich hatte keinen Stand. Und wenn er es nicht ist, dann ist es Clement. Deswegen mal gucken, wenn morgen Clement drin oder heute Abend Clement drinsteht, ob ich dann von einer 11 von 11 sprechen kann oder von einer 10 von 11, weil ja schon Karasor drinsteht und ich mache eine 10,5 draus. Mal gucken, mal gucken. Wahrscheinlich stimmt halt beim Rest wieder irgendwas nicht und ist sowieso hinfällig. Aber Tarasor nicht und ich tippe mal dann, dass Clement den auf der Position ersetzen wird. Kalajic wird, ja, so ganz im Anderen eingestiegen, genauso wie auch Koulibaly. Matarazzo sagt dazu, Sascha wirkt spritzig und ist eine Option für den Kader. Tongi braucht noch etwas Zeit. Also Kalajic habe ich, glaube ich, irgendwas gelesen, vermisst hat. Ich habe hier die Quelle nicht mehr am Start, dass er irgendwie so für 20 Minuten gut ist. Also vielleicht kommt er am Ende rein, je nach Spielstand. Vielleicht ist das Spiel ja schon mehr oder minder entschieden. Dann brauchst du nicht auch noch das Risiko einzugehen, da wieder auf den Platz zu scheuchen. Aber wieder dabei. Schon mal schön, Alternative zu Al-Ghadoui, auch wenn nur halt in der Fülle im Kader. Und Enzo Milo. Enzo ist im Training sehr aktiv, mutig und zeigt, dass er den finalen Pass spielen kann. Er macht einen guten Eindruck und wird im Kader sein. Auch interessant. Also ich glaube, jetzt meine ich, dass er direkt ein Startelf ist. Das wäre schon etwas wild. Aber im Kader bekommt dann, ja, gehe ich mal einfach davon aus, vielleicht auch seine Minuten. Wenn du eben fünf Wechsel hast, kannst du gut mal bringen den Kollegen. Deswegen auch eine schöne News hier am Start. Und ganz brandaktuell quasi von gestern Abend, das Ausweichtrikot oder das neue Auswärtstrikot, wie es wir schreiben, das Auswärtstrikot Kurve ist rausgekommen. Ja, mit einem roten Brustring, einem weißen Streifen oben unten. Der Mercedes-Benz-Benz-Bank ist noch drauf auf dem Brustring. Und dann soll das Trikot irgendwie an die Kansch oder Kurve erinnern, mit so Camouflage-Style und wie auch immer. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es sehr cool, dass man auf die Idee kommt, so etwas zu machen. Und irgendwie die Kurve mit reinnehmen zu wollen, nach dem Motto, ihr tragt uns, wir tragen euch, schreiben es auch. Aber ich glaube, das muss man schon wirklich, also wie gesagt, ich sehe die Bilder hier nur auf Instagram. Also ich habe das Trikot nicht vor mir, deswegen kann ich es nicht im Detail angucken. Aber ich glaube, das muss man schon sehen wollen, diesen Bezug zur Kansch oder Kurve. So wirkt es halt einfach von der Ferne wie halt Camouflage, so doof gesagt. Aber sieht auch nicht scheiße aus. Ist wirklich okay. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr ballert. Ich weiß nicht genau, was ich mir erhofft hatte, aber von diesem Trailer hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass es ein bisschen mehr ballert, doof gesagt. Vielleicht versteht er mich da. Aber dann muss man echt sagen, ich habe hier auch nochmal das Bild drin. Alle drei Trikots. Also wir sind wirklich, also wir kamen schon deutlich schlechter weg. Will ich damit eigentlich einfach nur sagen. Wir kamen schon deutlich, deutlich schlechter weg, was Trikots angeht. Das ist halt wirklich vollkommen in Ordnung. Heimtrikot gefällt mir immer mehr, je öfter ich es angucke. Austrikot ist auch ganz nett. Eigentlich, ihr könnt auch gerne die zwei Streams abchecken mit dem guten Kesti. Einmal Heimtrikot-Ranking, einmal Auswärt-Trikot-Ranking. Und vielleicht machen wir auch noch ein Ausweichtrikot-Ranking. Mal gucken. Jetzt wäre es ja da so. Ich weiß nicht, wie es beim Rest der ganzen Liga aussieht. Aber wir hatten schon wirklich eine deutlich, deutlich schlechtere Trikot-Kollektion als dieses Jahr. Also ist auch nicht eine 10 von 10, aber ist wirklich ordentlich. Da gerne mal eure Meinung dalassen zu dem Thema Trikot. Holt euch irgendeines, hat euch schon eines geholt. Wie findet ihr es? Findet geil, findet scheiße? Gerne in den Kommentaren dalassen. Wie generell alles in den Kommentaren lassen. Zu dem, was ich euch hier zum Besten gebe. Oder wieder gebe aus der Woche, doof gesagt. Und auch hier nochmal eine kleine Leseempfehlung. Auch gerade bei uns hier mit unserem Goat-Running-Gag. Es gibt ein Interview mit Philipp Förster von Spox. Oder Spox, genau wie man es ausspricht. Gerne mal durchgucken, das Ding. Interessantes Teil. So gut, Philipp hat sich jetzt wirklich auch hochgespielt. Einfach wirklich in die Start-Off gespielt. Sehr, sehr geiler Kollege. Und sowieso, wie gesagt, Kanal-Meme. Wie auch immer bei uns mit dem Goat-Emoji und so. Deswegen, das mal ganz am Ende noch gesetzt. Hier auch noch recht aktuell der Artikel oder das Interview von heute. Und damit war es der Stunde von den News. Müsste wahrscheinlich schon recht kurz sein diese Woche. Aber es passiert halt auch immer weniger. So, auch Transfergeschichten-mäßig sind wir ja scheinbar quasi durch fast. Und es ist auch mal angenehm, glaube ich. Weil die letzten Woche, wir haben immer so 25 Minuten oder sowas. Jetzt mal nur so grob 15 zu haben. Ist, glaube ich, auch mal chillig. Wie gesagt, wir sehen uns heute Abend im Stream. Gerne dabei sein. Habe ich Bock drauf. Können wir auch das kleine, kurzfristige Abo-Ziel von den 1893, also 1.893 Abos, glaube ich, auch gut erreichen heute Abend. Bin mal gespannt, wie viele Leute da Bock drauf haben. Auf das Leipzig-Topspiel gegen uns im Stream bei mir und eben sonst auf The Zone. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns heute Abend. Und bis zum nächsten Mal.